Was in der deutschsprachigen Filmlandschaft als Anschlussfehler bezeichnet wird, nennt man international Continuity Error. Solche machen sich dadurch bemerkbar, dass sich Filmrequisiten oder aber auch Personen während einer Filmaufnahme ohne erkennbaren Zusammenhang plötzlich an einer vollkommen anderen Position befinden oder generell vollkommen verändert sind bzw. auf einmal gar nicht mehr Teil eines Takes sind. Also nehmen wir einmal an, dass sich zwei Personen an einem Tisch gegenüber sitzen. Auf diesem Tisch stünden zwei leere Gläser sowie eine gefüllte Flasche. Während des Dialogs zwischen beiden würde man jedoch plötzlich sehen können, wie zwar beide Gläser noch völlig unberührt und sauber auf dem Tisch stehen, die Flasche jedoch schon zur Hälfte geleert ist, obwohl niemand der beiden Personen auch nur eine der Requisiten jemals berührt und auch niemand anderes in dieser Zeit den Raum betreten hat, der dies hätte für sie tun können. Gleich keine plausible Requisitenveränderung. Nehmen wir das Weiteren an, dass im Hintergrund der einen Person vom Beginn der Aufnahme an ein Spiegel zu sehen ist, der jedoch beim nächsten Kameraschwenk desselben Takes plötzlich nicht mehr an der Wand hängt, sondern einzig eine kahle Wand zu erblicken ist. Gleich kein plausibles Verschwinden von Requisiten. Abschließend gehen wir davon aus, dass der eine Dialogpartner von jeher ein Armband um sein rechtes Handgelenk trug. Dieses nun jedoch wie von Zauberhand links getragen wird. Gleich kein plausibler Requisiten-Positionswechsel. Mitunter kommt es sogar vor, dass während einer gesamten Szene Requisiten mehrmals ihren Platz ohne erkennbaren Grund ändern, was eigentlich von einem Continuity-Mitarbeiter, der stets eng mit der Regie zusammenarbeitet, zu verhindern ist, damit der jeweilige Dreh filmfehlerfrei bleibt. Indem dieser Aufzeichnungen zu jeder Requisite, die für den jeweiligen Take von Bedeutung ist, macht und darauf achtet, dass bewegliche Objekte sowie Personen sich zu diesem stimmig bewegen. Dennoch kommt es immer wieder zu Anschlussfehlern und einige solche könnt ihr auch gleich noch sehen, wenn ihr nun auf den Link in der oberen rechten Ecke meines Videos klickt.